Pass auf, von hinten Monster! Jopp, gleich. Ja, geiles Monster. Aaaaah, ein Ufra-Spieler! Lauf dem euer Leben! So, hallo Leute und da sind wir wieder zur nächsten Folge. Let's Play Minecraft Together Season 2 Staffel 2, wie ihr es nennen mögt. Mit dem Peter. Ja, ich bin die. Ja, hallo. Ja, schön. Schön, schön. Schön, schön. Schön, es ist auch schön. Ja, es ist ja mehr schön. Und ich würde nennen, wenn die Folgen immer so, naja, manchmal so 20, 30 Minuten sind dann doch noch mal so 15, 14. Das ist so ein bisschen, weil ich immer so ein bisschen verpeil, wann ich aufhören muss, ich nicht so doll auf die Zeit achte. Kann schon scheiße mehr vor. Ja, passiert aber, ne? Es geht ja, und das soll aber trotzdem nicht sehnt. Ichnte dich nicht. Und ich will den Mut. Bepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepesv nur zu spüren dir Prozent Prozent Traumschule so wenig sind die die Gäste Die regen mich grad voll auf. Ja so. Die Tintenfische. Und ich treff ihn nicht. Ah. So. Ich pack den Blau. Boah, so. Boah, geil. Jetzt kann ich schon auf die nächste Nacht. Die Monster sollen kommen. Bitte nicht. Warum nicht? Soll also. Magst du keine Monster? Das sind so gemein. Der mag keine Monster. Warum nicht? So gemein. Warum tust du so? Wieso denn bloß? Das sind doch nicht gemein. Doch. Das sind voll die lieben Geschöpfe. Nee. Die können keine Fliege was zu Leide tun. Guck doch mal. Nein. Weiß keine Fliege in mein Kopf gibt. Weiter. Hey, da hinten. Was machst du denn da? Was baust du da? Ach, das wird unser Haus? Okay. Ne, mein chilligen Pferd hier. Jo, ach so, das wird so über was, ey? Moment mal. Hammer, geil. Guck mal. Und die Tintenfische sind uns rausgezogen. Guck mal, das sind, ist das verschiedenes Holz? Ja. Shit. Das hast du überall, aber da, war mal hier drauf. Nee, das ist alles dasselbe. Nee, nee. Das sieht nur so aus. Bau mal ab und guck dir das an. Nee, guck, guck mal. Ja, weil... Guck mal, guck mal, hier hat es keine andere Farben mehr. Ja, das ist irgendwie ein Bug. Nee, egal. Das sieht man nachher nicht mehr. Okay. Sag ich jetzt mal. Okay. Das fällt gar nicht nachher gar nicht mehr auf. Außer für die... Außer die Insider, die es schon wissen. Die merken das. Guck mal, guck mal, unsere Haustiere unter unserem Haus. Siehst du die? Ah, die Tintenfische. Das sind unsere Haustiere, die unter dem Haus leben. Töte sie nicht. Ich bin zu spät. Außer. Yeah, ich mache ein bisschen Action-Maction mit meinem Pferd hier. Yeah, Action. Und die an... Der Weizenanbau vergrößert sich. Jawoll. Die Landwirtschaft. Sie lebt, sie boomt. Sie boomt, ja. Oh, oh, guck mal, guck mal, wie groß unsere Karotte schon geworden ist. Geil, mein Baby. Ja, schon ziemlich groß, aber es ist noch nicht erwachsen. Nein. So. Komm, wie groß er schon ist. Oh, so, ich sehe, so schnell erwachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, ich sehe, kaum aufwachsen sehen. Hey, da, jetzt muss ich jetzt wieder Holz, Holz. Holz. Schiss, muss ich mal nennen. Tio, 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 tio. Tio, tio, tio. Alter, wie viel Holz hast du denn? Ich meine Gold. Holz, 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 Holz. Ja, läuft, ne? Zum, zum Designen nachher. Klar. Oh, das wird voll, von dem Designen, der Designer-Mobile. Tio, tio, tio. Von der italienischen Designer-Mobile. Mal gucken, was ich machen lässt. Du musst ein bisschen Italienisch mit italienischen Examen. Oh, du mal ein, amigo. Ich vergaß das. Oh, das ist gut. Oh, Mario. It's me, Mario. It's me, Mario. Weil, weil, wie, sie. Na, halt, irgendwie vergeht, essen geht, haben wir ja schnell weg, also keulen. Mhm, auf jeden Fall, du. Ach, das kotzt nicht, man. Und da wird das nächste Red Bull jetzt dran laufen müssen. Können wir. Können wir auch. Kannst du alles Mögliche sagen? Können wir hart, Alter. Die ganze Däune. Ich hab nur zwei. Und das ist schon leer. Pass auf, und hinten Monster. Ja, gleich. Ja, keines Monster. Ah, ein Ufra-Spieler. Lauf dem neuen Leben. Monster mit dir später. Alter, das wär echt zerbäßen. Wo ist es? 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 Da ist es? Da ist es. Guck mal, ich versteck mich im Blumstrauch hier oben. Wo? Hier oben. Auf dem Berg. Hä? Hier, mir auf den anderen, hinter dir. Ich spring gerade. Ich bin so gut getarnt, du hast mich einfach nicht gesehen. Der Meister der Tarn. Ich bin das Kamel, ja, ne? In Minecraft. Guck mal, ich kann mich auch richtig gut unter Kühlbär schmuggeln, weißt du? Hm, merk schon. Das geht ganz einfach. Du musst nur auffassen, wenn sie es bemerken, werden sie ein bisschen wütend auf dich. Ha, bisschen vielleicht. Aber nur ein ganz kleines. Sie begehen nur ein wenig Suizid. Boah. Ich hab keine Lust weiter zu farmen jetzt. Gerade. Ich brauch nur eine Farming-Pause. Ich lauf mal hier hinten zu dem Bogen hier hinten. Weißt du, da hinten ist so ein schöner Bogen, da lauf ich mal hin und guck mal, was da abgeht, ne? Okay. Ja, na, 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 na. Oh, jetzt hab ich grad'n Highlight-Forum. Ein hohes Leben hier. Oh geil, hier hinten die Kürbisse. Wollen wir auch ein paar Kürbische anpflanzen? Dann feiern wir ein bisschen Halloween, ein bisschen verspätet, aber ist egal. Besser als nie, ne? Hm. So, wo will ich jetzt sein? Genau, ich wollte zu dem schönen Halbbogen. Ouch. Ich lauf's runter, ich denk' so, ich flieg' direkt ins Wasser und dann, puf, voll auf die Kante. Classic. So sterben die meisten Leute in Minecraft, ne? Denk' ich mal so. Weiß ich aber nicht. Bergsteiger-Power. Oh ja, ich bin grad' den Berg hoch hier und dann wird schon wieder dunkel. Oh, gut. Yeah. Häu, hä, hä, hä. Mö, hä, hä. Ja, mit dem Bogen, der ist cool. Da müssen wir was draus bauen. Weißt du? auf jeden Fall ich komme zu dir ich komme nach Hause und dann ein paar Monster zu bieten wieso ist die ein paar Monster töten und dann schlafen Hallo ich bin da ich bin wieder zu Hause Mama Gold Gold Wo bleiben die Monster ich habe gerade so richtig nass auf sie ich da oben sind welche da oben sind welche mein Sohn wir schlafen nein der Creeper hat mich gesehen Jo Monster damit du in Ruhe weiterbauen kannst das steht mit dem Rücken zu mir will willst du mich verarschen oder was es ballert mich einfach ab und es steht mit dem Rücken zu mir ich finde ich finde Monster schmeckt besser als Hustler oder ja als Hustler ja als Hustler auch hier du denkst ich denke ich denke ich brauche bleibt der Teilschutz 3 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 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 6 5 5 5 um und um Prozent zeitmäßig als Prozesse ich höre der Götter Begleitung schon bei Händchen bleibt sich auf Selbstgutes im Grundsatz um die Hälfte und gestört auch schon bauen kann aber ich muss hier vorne bei dem ab bei dem Haus Haus bei der bei der Baustelle zu wissen Reitkamp Komm, pass auf, da hinten kommt noch einer. Hier vorne ist ein Skelett. Das kann doch nicht gut gehen. Was ist das denn? Hier ist ein Trombie und Wasser. So war es unerhört. Das war ein Mensch, der ein bisschen schmutzig war, warum sich warten wollte. Das war ein Mensch, der... Nee, das war ein bisschen schmutzig war. Jo, okay. Deine Fantasie. Du wolltest schon vergiftet. Du bist ein Murder. Alter, das sieht aber geil aus, das Holz. Du bist ein Murder. Das passiert. Fucking, you're a murder. Jo, hier ist ein Hexen. Wo? Hier vorne, ich hab' die gekült. Hat die was geäßt? Die hat mir... Nee, nichts geäßt gegeben wird. Doch, hier liegt das. Ah, begleitet! Ein Trank der Heilung. Und ne normale Glasflasche. Ein Trank der Heilung, okay, geil. Ich komme auf die... Creeper, verfolgt mich. Jo. Direkt vor meinem Haus. Was auch hinter dir doch gewohnt, ein Zombie. Ja, du, ich hab' grad' keine Zeit. Ah, Creeper! Hoffentlich tötet das wieder. Oh, scheiße, warte mal. 1, 2, 4, 4, 4. Oh, Petey. Tommy, 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 ja, tut mir leid, ich bin grad' am Essen, halt, ich muss mich, ich hab' nix mehr zu essen. Ich wurde auch grad' verfolgt, will. Gegen dir werd' ich verreden. Kannst du mir dieser Show blicken? Ja. 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 Und hier bei der... bei genau in diesem spannenden Zeitpunkt, sagen wir mal Tschüss, machen wir die nächste Folge an, ne? Okay. Tschüss.